es gibt eine gute nachricht denn in world of warcraft classic kommt das feature stammgruppen für schlachtfelder zurück hey ich bin der fuchs und auf meinem kanal dreht sich alles rund um world of warcraft aktuell arbeite ich am world of warcraft questweltrekord mit über 9000 quest videos und wenn du mich unterstützen willst dann lass doch jetzt ein abo da im offiziellen forum von blizzard wurde jetzt vom community manager kai wachs angekündigt dass es bald wieder stammgruppen für pvp schlachtfelder geben soll erst im september liefen die tests und es stellte sich dabei heraus dass die wartezeiten sich deutlich verkürzt hatten man konnte sich mit bis zu fünf spielern als gruppe anmelden und gegen die eigene fraktion sogar kämpfen die gute nachricht kommt dann auch noch denn dem post aus dem forum zu entnehmen wird die veränderung schon diesen mittwoch stattfinden dort wird auch noch mal beschrieben dass ihr euch mit maximal sechs leuten anmelden könnt und wenn euer team nicht genug spieler hat weiß das system euch noch random welche dazu doch bedenkt wenn ihr euch alleine oder mit einem freund anmeldet kann es trotzdem sein dass ihr auf der gegnerischen seite organisierte gruppen habt was haltet ihr von dem feature coole sache oder eher uninteressant für euch eure meinung interessiert mich und schreibt sie mir doch einfach mal unten in die kommentare wenn ihr jetzt noch ein abo da lassen tut würde mich das auch sehr freuen danke fürs zuhören und wir lesen und hören uns beim nächsten video bis dann euer fuchs